Guten Tag, mein Name ist Bernd Eifländer. Seit 2008 vermittle ich mit meinen beiden Mitarbeitern, Frau Jass und Frau Rütter, polnische Betreuerinnen an deutsche Familien. Es geht hauptsächlich um Senioren, die weiterhin zu Hause leben wollen, das aber aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Meine Frau hat seit 25 Jahren die Parkinson'sche Krankheit. Um für sie eine optimale Betreuung zu organisieren, habe ich selbst eine Agentur gegründet. Ich spreche hier von einer tatsächlichen 24-Stunden-Betreuung, denn die Betreuerin wohnt mit im Haus und ist fast immer erreichbar. Wir garantieren liebevolle, fürsorgliche Betreuung, keine Betreuungslücken zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und selbstverständlich arbeiten unsere Betreuerinnen legal. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.osteuropa-pflege.de oder rufen Sie direkt meine Mitarbeiterin an, wenn es schnell gehen muss, 0611 502 488.